Moin Freunde, was geht? Herzlich Willkommen zurück. Heute ist es soweit. Wir haben ein Review von Activision, offiziell Microsoft Activision, über Skill-Based Matchmaking und das Ganze hat 25 fucking Seiten. Die haben ein White Paper veröffentlicht, wo sie darüber sprechen, wie Skill-Based Matchmaking aufgebaut ist, sie geben Daten, die wir immer gefordert haben, was erklärt, warum dieses scheiß Matchmaking da ist, sie erklären ihre Entscheidungen, sie zeigen sogar Beispiele aus MV3, wo sie Playlist hatten für uns, wo kein SBMM drin war, was ja einige von euch zwischendurch auch mitbekommen haben. Wo es ja auch Videos dazu gab, wo Creator gesagt haben, irgendwie fühlt es sich eigenartig an. Und diese ganzen 25 Seiten werde ich euch jetzt Wort für Wort vorlesen und dann bin ich fertig. Ich werde euch natürlich keine 25 Seiten auf Englisch vorlesen, damit ihr danach irgendwie im Hirn Matsch seid wie ich, sondern ich stelle euch die wichtigsten Dinge davon vor und das ist eines der interessantesten Themen, die wir für die COD-Franchise seit Jahren irgendwie mal behandeln können und müssen vor allen Dingen, weil es ja das Hauptthema der letzten Jahre ist. Das Kack-Matchmaking und die anderen Themen, die da auch dazukommen. Aber es ist wirklich spannend, was sie schreiben und ich gebe auch meine Meinung offiziell dazu ab, währenddessen natürlich. Das heißt, chillt euch ein bisschen hin, genießt es ein bisschen, los geht's. Auf diesen ganzen 25 Seiten haben die Leute, die hinter dem ganzen Skill-Best-Matchmaking stehen und diesen ganzen Themen, und ihr kennt das alles, hier Matrix rausgehauen, haben erklärt, wie der Skill eigentlich berechnet wird. Welche Parameter dafür entscheidend sind, also die Plattform, der Voice-Jet, was für ein Input-Device, ob Controller oder Maus oder Tastatur, welche Karten ihr zuletzt gespielt habt, ist relevant. Und es gibt ein paar Dinge, die meiner Meinung nach noch viel schlimmer sind, als das, was ich eigentlich gedacht habe, was in diesem Matchmaking-Scheiß mit drin ist. Die wichtigsten Sachen habe ich euch gescreenshottet, die seht ihr dann jetzt, währenddessen ich darüber erzähle im Video, so, dass ihr dem Ganzen, wie bei so einer Timeline, richtig folgen könnt. Das Video heute wird, glaube ich, ein paar Minuten länger gehen, aber jeder, der über SBMM spricht oder sonstige Sachen, sollte das durchaus einmal genau hören und ich mache mal eben meinen Rollo runter. Zuerst, und da ist schon eins meiner größten Probleme, sprechen sie hierüber, what is Skill? Also, was ist Skill eigentlich? Und erklären daraus, dass es eben eine Matrix gibt. Diese Matrix errechnet sich aus eurer KD, der letzten 5 Runden, aus den Kills, die ihr selber gemacht habt, aus den Toden, die ihr ausschließlich von Gegnern bekommen habt. Und sie schreiben hier sogar rein, früher war es so, dass das Skill-Based Matchmaking, die Tode, die man sich selber zugefügt hat, das Reverse Boosten damals, auch als Tode in die Statistik gezählt hat, was es nicht mehr tut. Das heißt, sich selber 100 Mal mit einer Granate in einer Runde töten, funktioniert nicht mehr. Es wird nicht mehr dazu gezählt. Was bedeutet, aus all diesen Faktoren werden dann zusätzlich zu Input-Device, welche Modi hat man ausgewählt, welche Maps hat man ausgewählt und welche Anzahl an Spielzeit man als Spieler durchschnittlich hat. Diese Faktoren gehen alle ein in einen Skill-Faktor und dieser Skill-Faktor zwischen 0,1 und 1,0 gibt an, was für eine Art Spieler ihr seid, welchen Skill ihr habt, mit dem dann euer Matchmaking und euer Game im Prinzip berechnet wird. Was bedeutet, wir sind mittlerweile an dem Punkt, wo eine Franchise wie Call of Duty nicht mehr als Hauptprämisse hat, Spaß für alle, sondern Spaß für die meisten, errechnet auf mathematische Zahlen, damit die Gelder fließen. Hier kommen wir zum nächsten Punkt, was ja aber auch eines der größten Kritikpunkte ist. Nur weil mein Insgesamt-Skill meinetwegen 0,8 ist, also wenn wir sagen, dass 1,0 die CDL-Pros sind, dann würde ich mich persönlich jetzt vielleicht bei, keine Ahnung, 0,6 oder 0,7 einordnen oder wie auch immer. Aber dieser Skill-Faktor ändert sich nicht von Runde zu Runde, sondern ist sehr, sehr stabil, hart eingesockt. Was bedeutet, wenn ich jetzt sehr gut performt habe, aber in der nächsten Runde Interesse habe, eine schlechte Nicht-Meter-Waffe zu spielen, mit schlechtem Loadout, weil ich eine Challenge mache, eine Herausforderung, weil ich Spaß haben möchte, werde ich trotzdem in diese harte Bracket reingeworfen, in der ich vorher war und es wird erwartet, dass ich genauso performe, wie mit einer Meta-Waffe, in einem Meta-Team, mit meinem Meta-Loadout, mit dem Mindset, dass ich 100% auf Wind spiele. Das bedeutet, das, was wir alle realisieren, wenn wir Call of Duty spielen, es ist frustrierend, man will Spaß haben, man will locker spielen, man will Fun haben mit seinem Chat oder seinen Freunden oder Solo, man kann es aber nicht, weil das Game kalkuliert, man ist eigentlich ein guter Spieler, also muss man jetzt auch gut performen. Und wenn man gut performen muss, in einem freien Game, in dem man nur vor Fun unterwegs ist, sorgt es für Frustration, Demotivation und Ärger. An diesem Punkt hier reden sie darüber, dass das eben long-term-mäßig, und das verstehe ich sogar, notwendig ist, um die Playerbase, ich sag mal, gesund zu halten. Und sie schreiben, würde man das SBMM, wie es aktuell funktioniert, in gewisser Art und Weise ändern, haben die Daten gezeigt, dass 10-20% der Playerbase, das sind viele von euch, die auch YouTube-Videos gucken, die besser sind, etwas besser, was ja aber etwas ist, was man sich erarbeitet hat, das gibt es ja heutzutage in der Gesellschaft gar nicht mehr, also heutzutage soll bitte jeder alles sein dürfen, und wenn er es nicht kann, dann muss man ihm sagen, dass er es trotzdem ist, und heutzutage ist es auch so, in der Arbeitswelt, in der Spielewelt, es soll alles möglichst einfach sein, wenn etwas schwierig ist, ist es verboten, und all diese Sachen, die wir dabei haben, gehen ebenfalls hier mit rein. Was bedeutet, ich spiele seit 18 Jahren Call of Duty, es tut mir leid, dass ich mit meinem Controller Dinge anstellen kann, die Martin, 13, seit einem Jahr erst gelernt hat. Dieses SBMM sorgt aber dafür, dass eben auch diese Leute, die nicht so gut sind, so protected werden, dass sie weiterhin Interesse an dem Spiel haben. Und den Entwicklern ist es scheißegal, ob Martin, Kevin und Johanna Bock auf das Game haben, für die sind die Werte relevant, die auf dem Konto am Ende von Microsoft und Activision landen. Das hier ist ein Graph, der hat mich ehrlich gesagt schockiert, weil man hat es immer aus Spaß gesagt, aber es ist wirklich so. Die gesamten Matrix, auch das Teambalancing, das Matchmaking, das Teammaking, all das, was zusammenkommt, hat das klare Ziel, dass ihr eine 50% Chance habt, eine Runde zu gewinnen. Das heißt, es geht nicht darum, dass ihr von Anfang an, wenn ihr das bessere Team seid, einfach gewinnt, sondern die gesamte Matrix versucht mathematisch zu errechnen, wie Spieler und Teams gematcht werden müssen, damit man ein ungefähres 50% Verhältnis von Siegen und Niederlagen hat. Diese Matrix, die ihr jetzt hier seht, das ist eine der interessantesten in diesem ganzen 25-seitigen Whitepaper von denen eigentlich. Es zeigt, dass abhängig von der Winrate, Lower Bracket und Higher Bracket, der gesamte Teamskill so aufgebaut ist, dass euer Team, egal mit wem ihr spielt, ob alleine oder in einem Freundesteam, genau 50% Winrate habt. Das bedeutet, eure Games, unsere Games in Call of Duty sind so hart manipuliert von Anfang an, dass das gesamte Ziel darauf ausgerichtet ist, dass ihr eine Runde gewinnt, eine Runde verliert, eine Runde gewinnt, eine Runde verliert. Und wenn Gaming eine mathematische Applikation wird, wo der Entwickler von vorderein entscheidet, wie viele Runden am Tag ich gewinnen darf und wie viel ich verlieren muss, egal wie sehr ich mich anstrengen, dann sollte das doch für jeden normalen Menschen zeigen, dass das der falsche Weg ist und dass Leute das nicht wollen. Dieser Graph hier, ich erkläre euch den, der ist sehr einfach zu verstehen. Die farbigen Diagramme, die ihr seht, nach unten ausschlagen, sind die Skillgruppen von den Spielern aus dem 14-tätigen Test, den sie in Modern Warfare 3 dieses Jahr gemacht haben. Das heißt, Lila und alles, was dann etwas Richtung Türkis-Grün geht, sind die schlechteren Skillgruppen und die schlechteren Spieler. Die Balken nach unten sind die prozentualen Zahlen, wie viel weniger innerhalb von 14 Tagen zurückgekommen sind, als Skill-Based Matchmaking adjustiert wurde, also ein bisschen lockerer gemacht wurde. Und die gelbe Skillbracket, die einzige kleine letzte, die allerletzte am Ende, ist die mit den besseren oder guten Spielern. Und es ist die einzige Skillbracket, die von dem schwächeren Skill-Based Matchmaking profitiert haben, denn hier ist ein Anstieg zu verzeichnen von Spielern, die zurückgekehrt sind. Was ja klar ist, wenn ihr mehr Spaß in dem Game habt, kommt ihr ja als guter Spieler lieber zurück, als wenn ihr... Es ist das gleiche wie bei den schlechten Spielern. Wenn die mehr Spaß am Game haben, natürlich kommen die früher zurück. Deswegen gibt es ja Skill-Based Matchmaking. Was ich hier schade finde, ist, dass sie hier einen Test gemacht haben, der 14 Tage geht, mitten in einem Lifecycle von MB3. Und was bei all diesen Graphen und Zahlen, die hier von Activision jetzt veröffentlicht worden sind, was krass ist, fehlt, ist die Tatsache, dass irgendwie immer nur Zahlen und Daten belegen, was deren Punkt ist. Aber die Argumente, die wir als Spieler haben, die nach Änderung schreien, werden immer nur erwähnt, ohne dass da Daten und Zahlen angegeben werden. Man könnte jetzt denken, vielleicht nimmt man auch nur die Zahlen, die einem in seine Agenda passen und alles andere ignoriert man. Möchte ich jetzt hier nicht behaupten, aber es sieht schon sehr danach aus. Und dieses Diagramm zeigt im Prinzip die Anhäufung von Spielern, die eine Runde, eine laufende Runde gequittet haben, die von Anfang an begonnen hat, basierend auf diesen 14 Tagen, wo Skill-Based Matchmaking reduziert wurde. Und ihr seht wieder, die dunklen Diagramme sind die, die öfter die Runden gequittet haben. Und das gelbe oder grüne Diagramm ist das Diagramm, was die besseren Spieler zeigt, die bis zu 4,5% weniger in der Masse Runden gequittet sind, während Skill-Based Matchmaking aufgelockert wurde. Und solche Metrics, wie auch immer man sie als Activision oder Microsoft gerne erklären möchte, zeigt doch eigentlich eine Sache sehr gut, die mich persönlich sehr traurig macht als langjähriger COD-Franchise-Fan. Nämlich, dass wir als Spieler, also ihr, die jetzt dieses Video guckt und ein Like da lasst und ein Abo, weil das ist viel Aufwand, und ich, dass wir nicht mehr die Zielgruppe dieser Franchise sind. Die freuen sich, wenn wir 80 Euro für das Multiplayer-Game ausgeben und sie freuen sich, wenn wir den Battle Pass kaufen. Und wenn wir zwischendurch einen Skin kaufen, freuen sie sich auch. Aber eigentlich ist es ihnen egal, weil sie wissen, dass das, was sie da gebaut haben, dieses Monster aus Metrics und Zahlen und Errechnungen und Wahrscheinlichkeiten, dass das dafür sorgt, dass eben die größere Playerbase, die Casuals, die Anfänger, die Schlechteren, die Älteren, keine Ahnung, dass die das Geld reinschüffeln, nicht wir 15 oder 15 Prozent von besseren Spielern, die aber auch nur deswegen besser sind, weil sie sich irgendwann mal Mühe gegeben haben, dieses Game zu lernen. Und als letzten, für mich interessanten Punkt ist diese Metrics, die euch zeigt, wie die Search-Time in Sekunden ist, abhängig davon, in welcher Skill-Bracket ihr drin seid. Und es zeigt, dass in der niedrigsten Skill-Bracket, da wo die meisten Spieler sind, ist die schnellste Search-Time für Lobbys. Das haben wir auch festgestellt, wenn ihr mit Absicht 5 Runden Reverse boostet im Multiplayer, bekommt ihr innerhalb von 2 bis 3 Sekunden eine fertige, volle Multiplayer-Lobby, während ich, wenn ich richtig reingrinde, manchmal bis zu einer Minute warten muss, bis ich in eine Lobby gepackt werde. Und ich weiß schon an der Anzahl und der Dauer der Lobby-Search-Time, was für eine Runde mir bevorsteht. Ihr seht es an den Namen in der Lobby. Wenn ihr in Lower Brackets seid, da findet ihr Namen mit Zahlen drin, so Niklas 3, 4, 8, 6, während ihr in den höheren Brackets irgendwelche japanischen Schriftzeichen seht und chinesische und keine Ahnung was. Allein daran sieht man, dass das Game, was ihr spielt, ein ganz anderes ist, als das, was 80% der Spieler spielen. Und das ist unfair, denn eigentlich sollten wir alle genau das gleiche Game spielen. Und jetzt muss man ja zusammenfassen und überlegen, krass erstmal, dass wir all diese Zahlen und diese Sachen bekommen, aber, und das ist das große Aber, was genau sagt uns das jetzt eigentlich? Und während viele bestimmt auch irgendwie die Hoffnung hatten, dass seitdem dieses Thema überhaupt mal aggressiv, offensiv angegangen wird von Activision, vielleicht eine Änderung kommen kann, dass vielleicht das Matchmaking verändert wird, zeigt mir so eine Arbeit über 25 Seiten genau das Gegenteil. Activision und Microsoft tun alles, um dem Letzten klarzumachen, dass dieses Matchmaking nicht gehen wird. Es wird so bleiben, wie es ist, es wird auch nicht irgendwie ein bisschen lockerer gemacht, denn sie haben mit ihren Daten gezeigt, in dem Moment, wo sie es ein bisschen auflockern, verdienen sie weniger Geld und weniger Geld verdienen möchte keiner von denen. Was bedeutet das für uns Spieler? Im Prinzip nur zwei, drei Optionen. Die erste, man akzeptiert es weiterhin und schluckt es runter. Die zweite, man quittet dieses Game und Games, die solche Metrics benutzen und spielt andere Dinge, was absolut möglich ist. Oder man macht es so wie ich und spielt, wenn man Bock hat, gibt kein Geld mehr für die Games aus, kauft keine Skins, keine Battle-Pässe und macht halt so lange, wie man Lust hat, auch wenn es dann eben zwischendurch immer mal frustrierend sein kann. Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Findet ihr es gut, dass Activision überhaupt darüber spricht das erste Mal? Oder generell das erste Mal seit Jahren? Also über Jahre haben sie uns ja nicht mal erzählt, dass es Skillbase-Matchmaking gibt, obwohl wir das alle wussten, es ist jetzt kein Geheimnis. Macht das Sinn, was sie euch da darlegen? Oder sagt ihr, für mich macht das keinen Unterschied, ich bin davon hart betroffen, ich will das nicht mehr. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da, ich bin raus, haut rein.